Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kettle and Crops. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr wart auch alle schön brav beim Livestream. Ja, ich habe aber noch Sonntag letzte Woche. Bin am Aufnehmen. Ja, durch die Helfer müssen wir jetzt erstmal das beenden. Klar, man kann die neu starten. Die machen auch da weiter. Die Frage ist, ob sie das gerade mit dem Flugrat, das alles so klappt. Von daher würde ich das Feld 3 gern noch fertig haben. Also nehme ich weiter auf, was soll ich jetzt stehen. Der Streifen, den muss ich sowieso von Hand machen. Ja, klappt so ganz gut, würde ich sagen. Dank genauer für den Modder. Mit diesem tollen Mod bügen und proben gleichzeitig. Kannst du schon mal wieder aus? Ja, das sind schon wieder. Das heißt, das ist trotzdem mehr gut. Denkst du schon mal aus? Kein? Ich bin noch ein bisschen vom Weg abgekommen. Der Steffen klappt auch schon ganz gut. Ich schalte ihn dann runter und dann geht es los hier. Eine Bahn ist ja gleich da noch, zumindest hier unten, ich weiß nicht, ob es oben vielleicht zwei sind. Oder gar keiner. Ja, das ist komisch. Die Drehzahl muss immer wieder hoch. Ist der Boden hier schon zu locker oder so? Vielleicht mal auf der anderen Seite, ob ich wirklich da noch liegen muss. Doch hier muss ja auf. Ich fahre nochmal runter. Ich fahre nochmal runter. Oh, ja. Ich fahre nochmal runter. Ich fahre nochmal runter. Sehr schön. Ich fahre nochmal runter. Ja, wir haben das kleine Stück fertig. Schauen wir mal, der große, der arbeitet noch. Können wir mal schauen, dass wir hier den Transportmodus einschalten. Ja, hier hat er noch ein bisschen zu tun. Wir fahren mal zurück zum Hof. Wir gucken uns mal das eine Feld an, was er als letztes gemacht hat. Ich fahre wieder heiß mit O irgendwas. Ja, ja. F3. Mitarbeiter. Obermeier, glaube ich, ne? Obermeier, ja. Nein. Ach, das ist unser Feld da trotzdem. Ja, ja. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Was hast du denn hier? Hier unten auch noch einen? Ich fahre. Ich fahre. Jetzt kommen wir bitte, kommen wir bitte, jo, das ist immer wieder, jo, komm. Kommst du bitte? Kein Slalom um die Björkern, komm. Kein Slalom um die Björkern, komm. Du bleibst drin. Einiges hier anbohlen. Es sei, dass wir Gras mähen können, das wächst hier schon. Ich kann ihn hier vorne wiederholen. Zack, komm hier rüber. Na, leg ich hier fest. Mein Gott. Zack, zack, zack. Zack, zack. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt rein jetzt hier, ich will gleich noch ein Kind Ja, rein Ja Ja Der andere Auer Ochse hier Ja, gegen den Zaun laufen, bringt dann echt viel Jetzt wieder in den Zaun schippst Sehr gut Das muss der Okay War zu schnell, sagt er Ja hier das Feld, müssen wir auch noch komplett machen Das kriegt keinen Helfer mehr hin, so wie das zerstört wurde Hier so Zepra-Streifen-Look Hier vorne ist hat er nicht schön So streifen ja noch nahe kommen wir nicht an das ist auch blöd so lange von uns schon aber so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer denn hier mittlerweile level 7 11.480 punkte schon 20 kilometer zu fuß und nicht schlecht mit fahrzeug sind wir 301 kilometer natürlich hier vorwärts reinfahren dann schön hier vorne raus wenn ich mich nicht irgendwo verhaken hier sehr schön ja so langsam wächst der fuhrpark klar es ist auch nicht schwer bei acht millionen konto der wird das schon machen die also nicht mehr allzu viel ja ich werde das auf jeden fall noch beenden lassen können ja hier noch ein bisschen zuschauen dann haben wir feld 3 fertig das finde ich ganz nice was denn jetzt doch habt ihr das gesehen ich weiß nicht was für blödsinn ich gerade baue bitte corporations so irgendwann inhoo dann wir ja jetzt ich gehe mal wieder weg durch kaputt gemacht können wir hier mal testen wenn hier der steuerung taste gewicht darauf legen sehr cool wir sehen wie er runter geht jetzt wieder hoch tinkt er hier dass das was gerade gemacht hat wahrscheinlich sehr nice sehr nice das haben wir auch herausgefunden wo hier irgendwas mitmachen ganz schön tief hier wird es hier hoch machen die ecke ist aber ja ist und glaube ich ja guck da geht es hoch sehr schön noch länger machen ja damit verabschiede ich mich für heute und von dieser aufnahme session wir haben sonntag und ja ich denke heute werde ich neu aufnehmen ich hoffe es hat euch spaß gemacht auch diese aufnahme session wieder kennenlernen crops ist am freitag ja neu rausgekommen übertrieben eine neue update gemacht mit helfer von daher war es jetzt sehr mutig von mir noch mal bis sonntag durchzuziehen aber das einfach den helfern geschuldet ich werde jetzt noch das feld 3 fertig machen lassen und dann gehen wir sozusagen am montag in die hoffentlich folgen mit dem neuen patch 0.1.5 bis dahin alles gute schöne woche für euch und weil ihr hattet ja schon es ist sonntag bis dahin tschüss